Hallo und willkommen bei meinem Channel und ich muss zwei Punkte erwähnen und dann fangen wir sofort mit dem Video an. Also der erste Punkt ist, dass ich gemerkt habe, als ich mit dem Videodrehen angefangen habe, mitreden, dass ich irgendwie lispe, aber jetzt versuche ich deutlicher zu reden, damit ihr mich auch besser versteht, weil irgendwie ist das bei mir ganz komisch und es liegt bestimmt bei meinem Aufnahmeprogramm, es rauscht bestimmt im Hintergrund, aber ich weiß nicht, wenn jemand einen Plan hat, was ich dagegen machen kann, kann mir auch ruhig helfen. Beim zweiten Punkt möchte ich mich bei Wave 1997 bedanken, weil er mir ein Intro gemacht hat, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist, aber ich denke schon, dass es ein Junge ist. Vielen Dank an dir, dein Intro hat mir sehr gut gefallen, bis jetzt nur mein erster Intro und abgesehen jetzt, dass es ein bisschen dunkel ist, ist es ganz cool, also ich finde es cool. Danke, auf jeden Fall. Und fangen wir sofort mit meinem Video an. Ich habe gemerkt, dass mein Video, wie z.B. mein Körper, also die weibliche Version, dass es ganz gut angekommen ist, vor allem das zweite Part, wo ich halt die Skizze ausradiert habe. Und da denke ich mir auch, dass es ein paar Leuten geholfen hat. Und wenn nicht, dann nicht. So, als erstes fangen wir es fort an. Als erstes fangen wir mit dem Kopf an, das ist ja wohl klar. Ein runterkopf, zuerst mal ein Kreis. Also das kennt ihr schon alle, muss ich auch nicht Großartiges erklären. Könnt ihr lieber Musik hören und gucken, wie ich das mache. Höhöhöh. So, bei deinem Mann ist der Hals ein bisschen breiter, genauso wie die Schultern. So, als nächstes macht ihr hier einen Kreis. Das hatten wir bei der Frau auch schon gemacht. Und das erste Büschchen nach unten für den Oberarm. Wir machen den ganz normal, also muss ich jetzt keine großen Bewegungen machen und ist natürlich hier nur eine Skizze. Oh Mann, ich weiß nicht warum, aber meine Hände schwitzen. Ich weiß nicht warum, ich bin nicht aufgeregt. Ich bin ganz normal drauf und ich weiß nicht, die schwitzen voll. Egal. Kommen wir zu den Oberkörpern. Bei dem Mann, er hat natürlich keine Form wie bei der, einer Frau. Machen wir einfach, mache ich jetzt einfach mal so. Also das ist jetzt der Bereich Oberkörper und das ist jetzt der Bereich eigentlich, wo die Form ist. Also die Form wie bei einer Frau, also Hüftenform, ist bei dem halt keine Hüften. Also er hat schon Hüften, aber hat keine Form. Bei ihm sind Arme, also Oberkörper breiter als die Beine. Die Oberschenkeln. Ja okay, die Oberschenkeln gehen nicht zum Bauch, also ist hier nur eine Skizze, wie gesagt. Weil der Mann ist sehr groß. Und dann knieere, ob die Kamera noch hält. Moment. So. Mann, mein Blatt reicht nicht. Und dann ziehe die Finger drauf. Und ich weiß nicht, was es heißt. Oder wie es heißt. Oh Mann. Und dann kommen eigentlich hier schon die Füße. Bei den Armen hat ihr das Gelenk. Und dann geht's auch ein bisschen. Ihr wisst ja schon alles was, wie ich das meine. Ich habe bei einem Kommentar von mir gelesen, dass ein Mädchen geschrieben hätte, wenn sie keine Skizzen macht, also so wie ich das jetzt mache, kann sie besser zeichnen als mit Skizze. Das war bei mir damals genauso. Aber was heißt jetzt besser zeichnen? Ich konnte nie so perfekt zeichnen. So gesetzt. Dann kommen wir weiter um Rundungen und so, Verbesserungen und Skizzen ausradieren. So. Gott, es ist so warm. Kein Wunder, dass meine Hände schwitzen. Kein Wunder, dass meine Hände schwitzen. Kein Wunder, dass meine Hände schwitzen. Und dann gehen wir bis zum anderen mal. ähm, die Skizze von Entren, alles ausradiert, ähm, die Füße sind jetzt nicht so perfekt, aber das werden sowieso, ähm, Hosen und Kleider. Bei meinem nächsten Video werde ich jetzt zeigen, wie das funktioniert. Die, wie gesagt, also, so sieht man, dass bei dem Mann die Beine schmaler sind, abgesehen jetzt die Oberschenkeln, jetzt nicht so, und die Schultern natürlich breiter, und hier alles breit ist, und die Arme halt breiter sind. Manche von euch haben mir irgendwie mal gesagt, dass ich voll ne nette Stimme hab. Äh, danke für alle, die meine Stimme nett finden. Ähm, wie gesagt, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise leicht geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.